Servus, liebe Leute! Heute schauen wir uns mal einen Glitch an. Ganz kurzer Glitch und ihr seht jetzt hinten der Grund Blitzzauber, wie der normal einschlägt. Wisst ihr, denke ich mal, hier, ich zeige es euch nochmal, so schlägt der normal ein. Boom, boom, schlägt der ein. Aber was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie er jetzt denn einschlagen wird oder wie er denn einschlägt. Das zeige ich euch jetzt, wartet noch kurz, oder, ne, ich zeige euch erstmal, wie die normale Karten woanders einschlagen. Zum Beispiel hier der Feuerball, hier hinten, Feuerball wird ganz normal drauf gehauen, natürlich, weil er auch geschossen wird. Aber bei dem Blitzzauber ist es ein bisschen anders, der wird nicht geschossen, habe es auch kürzlich erst entdeckt, wo ich mich mal übel verglückt habe. Mich dann gewundert habe, warum die Animation nicht kommt. Ich zeige es euch kurz, das ist der Blitzzauber Glitch. Natürlich, natürlich. Schauen wir mal, Blitzzauber kommt gleich, Blitzzauber setzen wir ihn hier hinten hin. Und wir haben sechs Selektionen gesetzt. Ich habe ihn gesetzt, passiert einfach gar nichts. Passiert nichts, das war der Glitch. Jungs, ich verstehe es nicht, aber kann Super-Summel machen, ich verstehe es nicht. Kann ja trotzdem da was gesetzt sein. Hä? Okay, na gut. Also man sieht sich bei einem weiteren Video, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.